Hey, der Mendo ist wieder da! Ich weiß aber den Thomas im Leben nicht. Heu! Bravo! Er benutzt das Bein jetzt auch und ist ja jetzt wirklich sehr gut verheilt, lange getragen den Kragen und heute wird der Kragen schon wieder auf dem nächsten Hals sitzen. Peter sitzt. Du wartest nur, dass ich weggehe, damit du schön rumlecken kannst. Er macht das mal.